Digitaler Wohlstand für alle. Ein Update der sozialen Marktwirtschaft ist möglich. Die digitale Revolution ist in Wirtschaft und Gesellschaft in vollem Gange. Das zeigt sich an den vielfältigen Apps auf Smartphones, ebenso wie an der Digitalisierung in der Arbeitswelt. Geschäftsmodelle ändern sich in rasantem Tempo, die Märkte sind unübersichtlich und verändern sich durch die Internetunternehmen. Hierzu drei Fragen an ZDW-Präsident Achim Wambach. Braucht die soziale Marktwirtschaft für die Digitalisierung ein Update? Die Digitalisierung ändert nicht nur unsere Lebensbereiche, sondern auch das Wirtschaftsmodell. Die soziale Marktwirtschaft beruht darauf, dass Preise zuständig sind, wer was bekommt. Aber jetzt sehen wir häufig Nullpreise, Sachen sind umsonst. In der sozialen Marktwirtschaft hat Eigentum eine wichtige Rolle gespielt. Jetzt sehen wir die Sharing Economy. Monopolkontrolle, ein ganz wichtiger Aspekt der sozialen Marktwirtschaft. Jetzt sehen wir die Internetgiganten kommen und das Soziale, diese soziale Partnerschaft. Die wird auch brüchig, wenn wir Clickworker haben, wenn wir durch künstliche Intelligenz Arbeitsplätze verloren gehen. Wo bleibt da das Soziale? Wie kann die Digitalisierung zum Wohlstand aller beitragen? Sie trägt bereits schon bei, es werden neue Märkte geschaffen. Ein Beispiel, ich vermiete mein Zimmer unter an eine wildfremde Person. Das hätte ich doch früher nie gemacht. Aber jetzt sehe ich, diese Person hat schon 90 Zimmer besucht und die auch alle ordentlich hinterlassen. Dann wird es auch mein Zimmer ordentlich hinterlassen. Also diese anonymen Märkte schaffen, das trägt zum Wohlstand bei. Was muss getan werden, damit das Soziale in unserer Marktordnung nicht verloren geht? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir sehen, dass durch die Automatisierung und die künstliche Intelligenz Arbeitsplätze verschwinden werden. Und sie werden sich sehr stark wandeln. Die Sorge, dass viele Arbeitsplätze verschwinden, die ist eigentlich nicht mehr da. Wir haben, unsere Studien zeigen, so etwa 10 Prozent. Aber der Wandel wird kommen und darauf muss man sich vorbereiten. Das ist die Weiterbildung. Die Unternehmen wissen das. Wir sehen viele Weiterbildungsprogramme innerhalb von Unternehmen. Aber da gibt es noch viel zu tun und da kommt auch auf den Staat eine Rolle zu.